Heute können wir mit Stolz zu Recht sagen, wir sind das Trampolin für die Digitalisierung in Deutschland. Auf unserem Netz können die Unternehmen höher springen und ihre digitale Transformation beschleunigen. Privatkunden verbinden wir mit ihren Liebsten, nicht nur in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir alle Abstand halten müssen. Unsere Netzinfrastruktur ist das Rückgrat für den digitalen Alltag. Das macht uns unverzichtbar und systemrelevant für die gesamte Republik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017